Musik Hi Leute, willkommen zu dem Video der Gamescom 2017. Ihr seht schon im Hintergrund, ich bin jetzt in Köln angekommen, habe mich jetzt hier ein bisschen eingerichtet auf dem Zeltplatz und bin jetzt gerade auf Make-In-The-City, wollte aber einfach mal ein kleines Hallöchen sagen kurz vorm Video, bevor es jetzt richtig losgeht. Ich hoffe natürlich, dass das Video euch gefällt. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das bewertet, weil das wird wahrscheinlich viel Arbeit kosten. Ich weiß es jetzt schon, ich werde viel filmen, ich werde versuchen echt ordentlich was zu machen und würde mich freuen, wenn ihr es bewertet und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bis dahin, macht's gut, ciao! Bis zum nächsten Mal. 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 Morgen und übermorgen mich dann an diesen Vlog zu machen, beziehungsweise an dieses Video zu machen. Im Endeffekt muss man sagen, Gamescom wie immer ist einfach nur absolut geil. Viele, viele Menschen, aber ich muss sagen, dieser ist echt, echt gut gewesen. Es war sehr entspannt zu laufen, war das halt klar, muss man mit einplanen. Aber ansonsten hat das Personal einen super Job da gemacht. Da kann man auch mal Rops geben an die Leute, die da hinter den Kulissen stehen und dort dafür sorgen, dass alles halbwegs abläuft. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dieses Jahr auch ein bisschen euch das Ganze mit der Kamera überzubringen. Natürlich kann ich auch auf diesem Video für die nächsten Jahre lernen, denn ich werde definitiv viele Haare kommen. Soviel ich glaube, am nächsten Mal dann vielleicht nicht gar nicht, sondern mal wieder mit jemandem in der Kleidung. Aber das werden wir dann nächstes Jahr sehen. Ja, was haben wir noch zu sagen? Ich werde jetzt warten bis es dazu kommt. Ich gehe mir dann hinlegen, schlafen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr dieses Video bewertet. Und lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da, was auch immer. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Bis bald. B... ... ... ... ... ... Vielen Dank.